Wollen wir mal ein bisschen unter Druck setzen? Kannst du mal sagen, geht hier lang, Freundchen. Genau. Oh, Alter. Oh, ja. Gutes Ding. Gutes Ding. Eiii. Oh, ja. Oh, ja. Alter, merkst du aber, Arme. Stark. Kannst du das noch ablegen? Eii, das sieht aber gut aus. Siehste, nicht verletzt, gar nichts. Gar nichts. Hier vorne runter greifen. Genau, weiter, weiter, weiter durch. Genau. Mit der anderen Seite. Ball. Alter, kein Bock. Alter, kein Bock. Ist ein Stück hoch, dann kannst du die Hand. Ja. Geiles Tier. Ah, klar. Wunderschöner Fisch. Wunderschöner Fisch. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Deswegen haben wir hier die Matte, dass wenn er mal zappelt, dass er hier schön weich rauf landet. Petri, hi. Hammer. Petri, danke. Was hat der? Der hat? 14. In die Richtung, schätze ich mal. Dem geht's gut. Für die Leute, die jetzt zu gut getragen, der Fisch, dem geht's gut. Wir haben mit ihm geredet. Alles in Ordnung. Dem geht's toll. Im Lippchen. Jeder, der in Berlin gepierced, weiß wie das ist. Also, noch nicht mal. Nicht mal. Die Fische, habe ich gestern schon mal erzählt, die fressen Muscheln. Ja. Die zackfranschen Muscheln. Wenn du dir die Kacke anguckst, sieht aus, als hätte jemand eine Muschel genommen, einen Stein. Patsch. Ein guter Fisch. Alter, ich dachte, das ist so ein bisschen so ein Opa-Sport. Oder so ein bisschen so, man holst dir noch mal Kräler raus. Man stinkt ein bisschen nach Fisch jetzt. Gehört dazu. Aber ich kann nichts dafür, dass alle anderen pennen. Hände waschen? Das ist ein Unding. Man geht um fünf ins Bett und man ist um neun noch nicht wach. Ich versteh das nicht. Was ist denn mit der Junge wird los?